Ach, ich wüsste da schon ein paar Sachen, die mir durchaus weiterhelfen könnten. Hm, das ist es auch. Die Frage ist nur, well, it's flat. That's the point. So. Nochmal kurz ansprechen. Ah, sie kräft sich der Daumen. Wer zum Geier ist der Lindwurm. Der wurde das schon im Pronodok einfach erwähnt. Das ist bestimmt voll das eklische Vieh. Oder meinen die diesen roten Drachen damit. Wahrscheinlich sogar. Ja, so wäre es ein paar unterschiedliche Big Bosses wären. Ja, so ist das leider. Wenn ein Drach auftaucht, schmeißen sie zu. Ja, es tut mir sicher gut, etwas mehr unter die Leute zu gehen. Also dann nachher so Physik. Ah, schaut euch das an. Richtig schöne Physik. Ich wette es auch aus dem Grund hier, damit Kencon sich freuen kann. Ey, wir haben hier geile Physik im Spiel. Und das ist nur der Anfang. Aber ich habe den Pronodok schon gesehen, wie schön die Leute da rumgeflogen sind. Und dass die alles mit ihren geilen Freiby-Bordels konnten. Oh geil, ich nehme es ja alles hin. Scheint die Küche zu sein. Petttagskuchenarbeit. So war es schon. Tonkuchen, wenn man es drin ist. Und wenn nicht, mache ich halt Waffer rein. Bärenfrucht. Früchte. Ja, die schmecken doch am besten. Ah, süße Gläute. Hm, mein Kopfhör. Wasser entnehmen. Kann ich mit dem Kot? Nein, okay, dann ist es gut schön mit der Gäste. Ja, ja, der Kot ist doch lecker. Oh, das kommt hier bestimmt die Vorwärtskammer, oder? Oder dann haben wir eine Vorwärts-Action. So far, so gut. Und wir gehen immer wieder raus. Für die Gäste, wow. Und nochmal. Für die Gäste, wow. Ja, okay. Das ist schön mit vielen Leuten, das was wir nicht haben. Das ist so, 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 das kann ich auch nicht erzählen. So, das ist so. Checken wir mal die Aussicht. So ein Glück ist jetzt einfach weg. Das ist alles so friedlich in den Rühlen. Soll ich auch siehe, gibt es da nur einen Speicherstand und wo irgendwie eine Obstinung statt ist. Da verzettelt man das nicht. Und man ist immer geforst, so zu steuern. Ok, eine Stunde von ShadeTalk. ShadeTalk auf der Xbox 360. Danke fürs Zuschauen. Jetzt hat es mir viel Spaß gemacht. Ich bin mir sicher, dass es ein sehr gutes Tipp könnte gehen. Ich freue mich schon auf die zweite Stunde mit euch bei ShadeTalk. Ciao. SchadeTalk. 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 SchadeTalk.